Musik Eines Tages ging Bauer Bolle seine Tiere füttern. In dem Moment kam ein luxuriöses Auto auf den Hof gefahren und eine junge Frau stieg aus. Hallo, ich bin Ludmila und würde gerne ein Zimmer mieten. Hallo, mein Name ist Bauer Bolle und Sie können gerne ein Zimmer mieten. Bauer Bolle brachte Ludmila auf ihr Zimmer. Wie alt ist denn der Hof? Der Hof ist 80 Jahre alt. Er wusste aber nicht, dass Ludmila ihn von seinem Hof jagen will. Bauer Bolle ging nochmal in Ludmilas Zimmer, weil er ihr was sagen wollte. Als Bauer Bolle die Tür öffnete, telefonierte Ludmila gerade und Bauer Bolle lauschte. Ich werde den Bauern schon den Hof abkaufen. Warum wollen Sie mir den Hof abkaufen? Na, ich will hier ein Wellnessressort hinbauen. Das kommt gar nicht in Frage. Bauer Bolle ging in den Stall zu seiner Kuh, Elsa. Ach, meine lieben Tiere, Ludmila will mir den Hof abkaufen. Als der Bauer weg war, schmiedeten die Tiere einen Plan, wie sie Ludmila vom Hof jagen können. Und zwar machten sie überall Fladen hin. Das fahne Ludmila so schlimm, dass sie gleich abreißte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017